Und damit, äh, servus Leute, hier ist Sintex von TASIFY Gaming und ich begrüße euch zu meinen kleinen, kurzen, knackigen, äh, Abosbäche. Und, äh, einmal noch nachträglich, ein bisschen spät kam das jetzt von mir, aber ich hatte halt, ja, keinen Bock, also nicht keinen Bock, aber ich hatte halt nicht so viel Zeit, weil ihr wollt eher zocken und, ja, auf jeden Fall nochmal frohe Weihnachten an euch und ich hoffe, ihr seid gut ins Neujahr gerutscht und habt einen schönen Kater und Spaß, aber, ähm, und zwar mein Abosbächel ist, ihr schreibt in die Kommentare euren League of Legends-Namen und wir werden den dann adden und wir werden dann 2 und 2 gegen euch spielen. Also ihr habt die Chance mit uns, also mit den, äh, Chris AK Tricks und mir Niklas AK Syntex zu zocken an 2 und 2, Aufnahme, schreibt in die Kommentare, haut da rein.